Musik So, denkt doch an unsere Ordner, dass hier links so eine Gasse für die Jungs und Mädels frei haltet. Weil jetzt haben wir hier in der Mitte die Bahnschienen und die Ordner müssen aber links an uns vorbei. Fahrt ein bisschen rechts, lasst so einen guten Meter Platz, dann können die Jungs und Mädels an uns vorbeizischen und auch an euch. Bei der ersten Hannoverschen Velo City Night sind wir jetzt hier mitten auf der Port Wielski Straße mit über 1000 Radsportfreunden. Mit Start am Hannoverschen Klaresmarkt, Riesenrunde durch die Hannoversche City auf allen großen Straßen von Hannover. Wieder zurück nach 20 Kilometern zum Klaresmarkt von Hannover. Bei der ersten Velo City Night, alles das organisiert von der Agentur Soul Styles hier aus Hannover. So, wir kriegen jetzt rechts hier so ein paar...